Die Beschwerden der nächsten jungen Patientin klingen zunächst eher harmlos, doch die heftigen Beulen an ihrem Bein bergen eine schockierende Überraschung. So, guten Tag. Eine neue Patientin, die ist gerade gekommen. Sie hat uns spät mit das Bein. Okay, da guck ich mal. So, was denn da passiert? Ich weiß nicht, ich hab viel Sport gemacht die letzte Zeit. Ich dachte, es ist mir Muskelkater. Aber es ist so schlimm, es tut auch so weh. Das ganze Bein tut denen weh. Ich zieh mir mal gerade Handschuhe an und guck ich mir das mal an, ja? Wie lange haben Sie das jetzt? Seit fast drei Wochen. Seit fast drei Wochen. Sie sind jetzt? Ich bin die Schwester und ich red schon seit Tagen auf sie ein, dass sie bitte zum Arzt geht, aber... Also, das sieht schon richtig entzündet aus, ne? Ich muss aber mal... Versuchen Sie mal ganz zu entspannen. Ich muss einmal kurz gucken. Hi. So, hi. Na? Patient gut in der ÖRFZT gekommen? Ja, die Kollegen, die bringen ihn gerade. Also, man konnte schon deutlich sehen, dass sich ein roter Hof drum gebildet hat. Es war entzündet. Da denkt man natürlich immer daran, dass möglicherweise Fremdkörper unter der Haut stecken, wo das Immunsystem einfach drauf reagiert. Natürlich mit Entzündungs- und Alterungsprozessen. Können Sie sich da an irgendwas erinnern? Ja, ich war vor vier Wochen in Mexiko, im Urlaub und war da viel unterwegs. Da ist ja viel, was da rumfliegt. Sie hat sich in Mexiko, wenn ich mal unterbrechen darf, diese Hose gekauft. Ja, zeig mal. Das ist doch an der Farbe von dem Material hier. Haben Sie denn da schon mal Probleme mit? Ziehen Sie die Sachen schon mal ungewaschen an? Ja. Da stand natürlich eine Kontaktallergie im Raum. Das habe ich für mich aber jetzt ausgeschlossen, weil es sich doch auf einzelne Puzzeln beschränkt hat. Eine Kontaktallergie merkt man dann meistens am ganzen Bein und die juckt auch gehörig. Ich würde mal gerade ganz gerne nachgucken, wo waren Sie in Mexiko, sagten Sie, ne? Ich gucke mal gerade nach. Also möglicherweise sind Sie da von irgendwas Örtlichem gestochen worden. Moment. Guck mal gerade, was da so verbreitet ist. Also es gibt schon immer so Insekten, die benutzen gerne mal den Mensch als Wirt und legen da, hört sich jetzt nicht so schön an, ihre Eier ab. Ja, und die entwickeln sich dann weiter. Oh, scheiße. Ich sehe gerade hier die Dasselfliege. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Die ist da feitverbreitet. Ich weiß nicht, ob Sie reiten. Viele kennen das von den Pferden auch. Dass es hierzulande sind, ist das auch im Befall. Aber es gibt eben, das wollte ich hier nachgucken, auch die Dasselfliege in Bezug auf Menschen. Schauen Sie mal. Das ist diese Dasselfliege. Die ist ja relativ klein. Das Problem ist, dass die ihre Eier ablegen. Manchmal in kleine Wunden, manchmal auch sogar in die Kleidung. Und dann schlüpfen die Larven und bohren sich im Prinzip in die Haut. So, die leben da jetzt runter. Und es gibt ein Merkmal, woran man das schön erkennen kann. Wenn Sie das Bein nochmal so zur Seite drehen. Dann gucken wir nochmal gerade. Es ist so, dass die sich da eingraben. Und da entsteht ein Loch. Dieses Loch dient eben auch der Atmung. Das eine, was wir jetzt machen können, wir machen einen sogenannten Okklusionsverband, dichten das ab. Dann haben die wirklich Luftnot, kommen an die Oberfläche und da stehen wir dann schon mit der Pinzette und ziehen sie raus. Das würden wir jetzt dann gleich machen. Da muss man natürlich jetzt gucken. Wir wissen nicht, was da noch an Eiern ist. Die Larven können wir jetzt rausziehen. Ich würde denen auf jeden Fall empfehlen, dann noch zum Hausarzt zu gehen. Das, was wir jetzt finden, machen wir schon mal. Ja, müssen sie nur kontrollieren lassen. Um den Parasiten keine Chance zu geben, sich weiter zu vermehren, beginnt Birgit Maas sofort mit der Behandlung. Mit viel Vaseline und Mullbinden behandelt sie das Bein. Zwischen sind die Beulen der Patientin lange genug abgedichtet. Die Fliegenlarven haben ihre Höhlen unter der Haut verlassen und sind an die Oberfläche geflüchtet. Birgit Maas nimmt den Verband ab. So. So. Anja Brenner, bitte in Notaufnahme. So, ich wisch das mal ein bisschen ab. Die lassen wir mal noch drauf. Dann gucken wir mal, ich nehme mal die Lampe, da kann man doch besser gucken. Ich muss schauen, kannst du nicht hinkommen? Nein. Christian, was helfen soll, sagst du Bescheid, ja? Ja. Vielleicht kannst du die Lampe ganz kurz unter... Oder hast du einen Kompressor, dann kann ich da schon mal gucken. Das drauf geht. Vielen Dank. So. 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 Tut das immer noch so weh? Das haben wir eigentlich betäubt. Da guckt schon was. Oh nein. Oh nein. Am besten weggucken. Wenn sie es nicht sehen können, dann am besten mal irgendwo anders hingucken und dann an was Schönes denken und dann ist die Produkte auch schon fertig. Ja? Oh, ist das eklig? Ja. Ich kann auch nicht hinkucken. So. Oh ja. Oh nein. Bewegt sich noch richtig. Bewegt sich noch. Okay. Eklig kann ich mir vorstellen, aber es ist draußen und so schlimm sieht die gar nicht aus. Wenn wir ihren Namen geben, dann ist sie gleich wieder ganz süß. Nennen wir sie Frieda und dann ist sie. Okay, dann kannst du Frieda schon mal zur Seite tun, bitte. Ja, mag ich. Einige Larven konnten wir jetzt hier entfernen. Allerdings muss man natürlich immer noch damit rechnen, dass dort noch sich Eier befinden. Das ist ganz wichtig, dass man das jetzt weiterhin kontrolliert, auch eben um den Entzündungsprozess einzugrenzen. Deswegen habe ich der Patientin jetzt dringend empfohlen, zum Hausarzt zu gehen und sich dort weiter behandeln zu lassen. Durch die Folgebehandlung ist die Patientin alle unerwünschten Eindringlinge ohne Folgeschäden wieder los geworden.